Einen wunderschönen guten Tag alle miteinander. Mein Name ist Christian Kindliemann und ich spiele im Team Klaus Medikus. Im Rahmen des Selbstheilkraftprogramms haben sicher die einen oder anderen schon mit mir gearbeitet. Wir haben Sessions gemacht, wir haben mit den Tools gearbeitet, ich habe euch in den Tools begleitet. Und dieses Video motiviert euch und fordert euch auf, die Tools wirklich selber zu lernen, eins zu eins, live vor Ort. Dieser Workshop findet statt in Bier im Kanton Aargau in der Schweiz vom 13. bis zum 15. Oktober, also schon recht bald. Und Ziel dieses Workshops ist, dass du wirklich sicher wirst in den Tools und die veränderte Wirklichkeit von Moment zu Moment in deinem Leben etablieren und wahrnehmen kannst. Ich freue mich sehr, euch zu begrüssen, 13. bis 15. Oktober in Bier im Kanton Aargau in der Schweiz, um die Tools des Programms Selbstheilkraft live selber zu lernen und immer mehr in die Selbstermächtigung zu kommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch und vielleicht bis bald in Bier.